Also ich empfehle Franz Greuther für den Nationalrat, weil er erstens sehr bodenständig ist, weil er einsteht für die Schweiz, für die Anlegung des Bürgers und für alles Herz hat für die Landwirtschaft, weil er die Verbundenheit hat zu der schweizerischen Landwirtschaft und weiss, dass wir Sorge haben müssen. Darum empfehle ich Franz Greuther zweimal auf euren Liste für den Nationalrat. Der Luzerner Unternehmer und Kantonsrat Franz Greuther setzt sich für eine starke Schweizer Wirtschaft und einen attraktiven Arbeitsmarkt ein. Durch seine langjährige Erfahrung als CEO von Green und etlichen Führungspositionen weiss er, wo den Schub bei den Schweizer Bürgerinnen und Bürgern drückt. Die Schweiz braucht jetzt einen Mann im Nationalrat, der die Versprechen in Taten umsetzt. Klar, kompetent, sympathisch. Am 18. Oktober Franz Greuther auf Ihre Nationalratsliste. Danke!